Quick-Tipp, wie ändere ich bei einem ferngesteuerten Klemmbaustein-Modell die Drehrichtung eines Motors? Hier zum Beispiel die des Servomotors der Lenkung. Ich lenke nach links, aber das Rad schlägt nach rechts ein und umgekehrt. Natürlich etwas unpraktisch zum Fahren. So, wie ändere ich das nun? Ganz einfach, ich drücke an der Fernsteuerung die zwei Knöpfe des Motors, dessen Laufrichtung ich umdrehen möchte. In meinem Fall wäre das hier der Kanal D. Diese zwei Knöpfe drücke ich gleichzeitig so lange, bis die LED einmal kurz blinkt. Achtung, ich drücke die jetzt gleichzeitig. So, sie hat einmal kurz geblinkt und nun ist der Kanal entsprechend umgedreht. Und wie man sieht, lenkt nun das Modell in die jeweils korrekte Richtung. Nachteil, diese Kanalumkehr bleibt leider nicht gespeichert. Das heißt, schalte ich das Modell aus und nachher wieder neu ein, ist meine Programmierung futsch. Ich schalte aus, schalte hier wieder neu ein und man sieht, die Lenkung geht wieder wie ursprünglich in die falsche Richtung. Ich schalte mal kurz. Vielen Dank.